Heute bleiben wir in Kalifornien, wechseln aber vom realen Los Angeles ins fiktive Los Santos, in die Hauptstadt der schnellen Autos und der Verbrechen. Ja, sperrt die Kinder weg, wir spielen GTA 5. Und vielleicht finden wir ja heute Abend gemeinsam um 21 Uhr heraus, was eigentlich der Reiz dieses sehr erfolgreichen, aber auch sehr umstrittenen Spiels ist. Ich freue mich darauf, wenn ihr dabei seid auf YouTube und auf Twitch um 21 Uhr.